Das Solo besteht im wesentlichen Bestandteil aus Akkord. Kai bringt hier Stufenakkord ins Spiel, und zwar startet er mit C Major und wechselt dann weiter zu B7sus4 und die zwei Akkorde sind Bestandteil von E-Moll, also quasi B6 Major und nachher auch 5-7sus4 in E-Moll. Das bringt mich natürlich vom Plan, indem ich auch andere Akkorde einbeziehen kann in E-Moll, also Stufenakkorde, z.B. 3. oder 4. oder 5. Und ich versuche jetzt mal in einem Groove die paar Akkorde ein wenig ins Spiel zu bringen. Jetzt habe ich einfach mal zwei Akkorde genommen, B3, 4 von der Stufe her, also G-Dur, A-Dur, sowie A-Dur, B-Dur, 4. und 5. Stufe. Ich habe die Akkorde, weil es auch gerade der ganze Ton auseinanderliegt, in einen Halbtonschritt verbinden, also z.B. so. Dreh-Dur zur vierten Stufe oder vier-Dur zur fünften Stufe. Ich kann aber auch mehr als zwei Akkorde verwenden. Ok, das war's für heute, so Tricks und Gags mit Stufenakkorde und Akkordfolgen, die ich daraus bilden kann. Wenn jemand noch eine Frage dazu hat oder sich für die Transkription vom Solo von Kai Eckhardt interessiert, www.basist.ch Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen.